Hallo meine Lieben, hier habe ich eine 5 Zimmer Duplex Wohnung mit einer Terrasse. Das Gebäude ist schon ca. 15 Jahre alt und wir sind nur 350 Meter vom Strandbereich entfernt. Wir haben natürlich einen Aufzug, wir haben auch einen Pool und wir haben 165 Quadratmeter. Alle Infos nochmal in der Info, in der Video-Info. Also wer eine Wohnung gesucht hatte mit 5 Zimmern und nicht so viel Kleingeld hatte oder hat, der kann hier zulangen. Denn die Lage ist gut, es ist in der Nähe von dem Metro, von dem deutschen Metro, in der Nähe von Krankenhäusern, Apotheken, Supermärkten, Cafés. Das ist im Stadtteil Oba und Oba, wo ist Oba? Ich zeige es euch mal. Hier ist die Halbinsel, die Burg, die Hauptstelle und die schönsten Stellen sind hier und auch die teuersten. Und hier haben wir die Strandpromenade bis zu dem Dimchai-Fluss. Ist schön sandig auch und ab da wird es dann steinig. Und hier haben wir die Metro. Da ist die Metro. Und hier haben wir Oba, das Stadtteil Oba. Und hier befindet sich diese Wohnung. Schauen wir uns mal ein paar Zimmer an. Wie gesagt, es ist schon 15 Jahre alt, aber das ganze Haus ist in einem guten Zustand. Und hier ist das Obergeschoss mit einem Bad oben. Und auch Anschlüsse wären bereit für eine zusätzliche Küche, wenn man möchte. Und hier hat man dann auch diese Terrasse. Und das wäre die Aussicht. Und man sieht ein Stück von der Burg und rechts die Berge. Es ist eine echt gute Gegend. Man hat, wie gesagt, alles, was man braucht. Und hier sieht man das Alter von dem Objekt. Und es ist auch, wenn man möchte, kann man sich da eine Duschkabine hinmachen. Und das war eines der zwei Bäder. Hier haben wir die Straße, die unten vorbei führt. Hier nochmal ein Schlafzimmer. Wie gesagt, wir haben vier Schlafzimmer und ein Hauptwohnzimmer. Und das wäre der Pool. Und das ist das Gebäude von außen, damit ihr es auch von außen mal seht. Und hier nochmal von außen. Aber ihr seht ja, es ist nicht neu. Okay, dafür nur 73.000 Euro. Also Leute, ich sage euch was. Die Gegend ist ja eigentlich sehr gut. Die Gegend ist sehr gut. Und eine schöne Einbauküche bekommt man hier schon für 3.000 Euro. Eine so große und schöne kriegt man hier locker für 3.000, 2.000 Euro locker. Und man könnte wirklich dieses Objekt schön herrichten. Es ist eine Duplexwohnung. Und duplex, ich meine, such mal eine Duplex. Du findest in so einer schönen Gegend keine Duplex für 100.000 Euro. Und diese kostet nur 73.000 Euro. Also wer günstig eine Duplexwohnung haben möchte mit Pool und in einem guten Stadtteil, der sollte hier zulangen. Ja, das muss man halt machen, das hier. Aber bald kommen ja Auswanderer oder Kunden von mir, die was gekauft haben, die gut Fliesen legen können in deutscher Qualität. Aber mittlerweile, die Drücken sind mittlerweile auch super. Okay, soviel mal von mir. Wer Lust hat, meldet sich. Quadratmeter habe ich auch schon gesagt, 165. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.